Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute ist das fünfte Tjurchen vom Volkskland 2019 dran. Da haben wir einmal die Crowned Ninjas und einmal die Sonic Owl Koi Klee. Ich weiß nicht wie es aussprechen wird. Die ersten Malen, wie man die bei Wiko nennt, haben ganze 34 Gramm in einem Zahnstück. Und die, das sind auch wie die Bromers, das kann ich mal jetzt rausholen. Die haben auch so ein Ding dran, das ist besser Tretwelle verboten, da sind 10 Stück drin. Hier unten haben 12 Gramm. Wir können ja mal testen heute im Kalender welche besser sind, welche besser drehen. Ich denke eher die hier, weil die auf so einer Spitze drehen sich. Wir werden es einfach sehen. Dann bis gleich zum Test. Jetzt kommen wir vom Test von den Bodenwürbeln. Als erstes die normalen Bodenwürbel von Nestle. Die drehen sich auf jeden Fall gut. Jetzt machen wir den zweiten gleich noch hinterher. Von den normalen. Gucken wir mal, ob der sich auch nochmal so gut dreht. Da drehe ich auch eigentlich super auf dem Untergrund, auch wenn der nicht ganz geäben ist. Jetzt testen wir einmal die mit der Kapp unten dran. Die nennen ja... oder was. Auf jeden Fall kürzer, aber viel schneller und noch besser. Da bewegst du dich richtig. Ich glaube ich habe ihn jetzt richtig drauf bekommen. Dann nochmal einen. Der ist jetzt bei uns auf dem Unterstand runter auf die paar Dingsholz drauf gesprungen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Dann tschüss. Bis zum nächsten Mal und tschau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.